Willkommen zurück, meine verehrten Fluchträger. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von The Last Faith. Und in der heutigen Folge wollen wir endlich wieder Story machen. Aber bevor wir das tun, will ich nochmal alle NPCs abklappern und schauen, ob die jetzt irgendwas Neues jeweils sagen. Okay, er hat nichts Neues. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir jetzt inzwischen in der Lage wären, einige Quests abzuschließen mit den Items, die ich gefunden habe. Ah, hier, den Folianten von Oysak übergeben. Ah, das ist die Krypte. Kosmisches Echo. Uh, das ist eine Bloodborne-Referenz. Man flüstert von den Töchtern der Nachtflut und ihren Gebräuchen. Ein kleiner, gefrorener Kadaver, der mit Sternstaub durchdrängt ist. Es gibt nur noch wenige Zeugen, die von einer solchen Schöpfung berichten, die am Himmel entfesselt wurden. Nur die fähigsten Gelehrten können die geheimen Methode dieser Kombination entschlüsseln, die von denen, die ihre Macht fürchten, geächtet wird. Und damit haben wir Aldrichsaufgabe abgeschlossen, wie es aussieht. Ähm. Was möchte mir meine rechte Hand hier sagen? Hä? Ich glaube, das ist ein bisschen verpackt. Auf jeden Fall. Geist B. Beschwerter entfällt aus gefrierendem, schädlichem Sternstaub. Oh, ich denke, das ist das, was die einen Fledermaus-Viecher immer gegen uns einsetzen. Die Fledermaus-Menschen, oder ich nenne sie jetzt Fledermaus-Menschen. Geist B. ist aber ein gutes Scaling, das heißt, ich nehme sie erstmal mit rein. Nicht verkehrt, denke ich. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schauen wir, was das Mädel über uns sagt. Die Besitzerin des Herrenhauses. Getrocknete Leber übergeben. Das war doch das, was wir gefunden haben. Ich fühle, dass es eine irrefutable Kraft ist. Oh. Aber ich glaube, dass es sein Potenzial nicht mehr erfüllt wurde. Deine Suche nicht mehr endet. Ich meine, das ist erstmal nicht schlimm. Hauptsache, wir haben das abgegeben. Entlassung der Nachtflut. Erzeugt einen höllischen, flammenden Tornado, der sich langsam vorwärts bewegt und vor allem in seinem Weg Schadens fügt. Das klingt wild. Ja, wir können hier ja auch noch ein bisschen Demi-Shutten-Herz kaufen, wenn wir das wollen würden. Ah, die Spells müsste ich mir irgendwann mal holen. Ich denke, einige davon sind nicht verkehrt zu haben. Vor allen Dingen Verbrennungsringe eventuell. Wobei, die haben ein C-Scaling in Instinkt und nur ein D in Geist. Ja. Egal. Auf jeden Fall, wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen, denke ich. Schauen wir jetzt auf die andere Seite. Da haben wir keinen NPC. Da ist vermutlich auch niemand eingezogen. Nee. Das war einfach nur ein Schatz und ich weiß nicht mal mehr, was für einer. War, glaube ich, auch nicht so relevant für uns jetzt. Und was sagst du? Okay, ja. Mit dir haben wir schon gesprochen und du sagst nichts Neues. Dann haben wir noch Anna oder wie auch immer sie heißt, ganz rechts. Und sie könnten wir eventuell mal ansprechen. Vielleicht hat sie noch irgendwas Neues für uns. We must be vigilant. Now that the denizen of the Frosted Fortress has been defeated, Ladakh will become even more dangerous. My faith is with you, Erik. You must continue yonder. For you have further to tread on... Okay, ja. What can you tell me about these sacred places? It would be wise to reflect upon the truth. Another is buried deep in rain. Another is buried deep in rain. Ah, okay, gut. Nee, sie... Okay, okay, okay. Sie sagt nichts Neues. Sie hat uns nur einen kurzen neuen Dialog dazu gegeben, dass wir das Eisgebiet abgeschlossen haben. Und im Prinzip sagt sie einfach nur, hey, das sind die Orte, die du aufsuchen solltest, um weiterzumachen. Das heißt, so eine Art kleiner Guide. Okay. Damit haben wir jetzt alles hier mpc-technisch abgehakt, was wir abhaken konnten. Und dann bleibt uns nur noch zurück zu... Ja, dem oberen Bezirk und Katharinas Kirche zu gehen. Gehen wir als erstes hier hin. Ich denke, sie wird vielleicht was Neues zu sagen haben. Ich bin gratifiziert, dass du dich zurückgekehrt hast. Dein Gefühl der Gehütung ist ein guter Weg, um zu beidmiert. Find den celestischen Weg. Nach den Sepulchri-Fragen? Ich glaube, das hatten wir schon mal gemacht. Ja, das hatten wir schon mal. Okay, okay. So, hier oben können wir jetzt lang. Werde ich auch gleich gehen. Aber ich möchte erst kurz diesen... Oh. Aber da sage ich ja nicht Nein zu. Gefängnis. Ist das, was ich denke, dass es ist? Gefängnis wäre der Schlüssel. Ein Besitz, von dem man sagt, dass er von geheimnisvollen Seelen genutzt wird. Der Träger dieses Schlüssels soll den Ort betreten, von dem das himmlische Geflüster kommt und das Tor zwischen knorrigen, uralten Pflanzen. Man spricht von einer seltsamen Präsenz, die einen verfolgt und verwirrt. Gott. Die Verwände, in denen sie nachdenkt, sind seine Zuflucht. Ah, von dem, wie die Beschreibung ist, weiß ich nicht, ob es das ist, was ich denke, dass es ist. Weil mein Gedanke ist natürlich, dass wir jetzt zurück in die Kathedrale gehen können. Ich würde es gerne einmal ausprobieren. Bin ich ehrlich? Ich meine, ich muss sowieso hier auf die andere Seite. Da kann ich auch ganz kurz der Kathedrale eine Stiftvisite geben. Und ich denke, das sollten wir tun. Und danach bleibt uns sowieso nichts anderes übrig, als die hohe Mauer jetzt anzugreifen. Das heißt, einmal ganz zurück zur Kapelle, nicht Kathedrale. Ganz zurück zum Anfang und wir schauen, ob ich jetzt richtig liege. Das ist jetzt hoffentlich endlich das Item, was wir wollten. Na, dich nicht. Ich kann dich so nicht öffnen. Es ist es. Leute, wir können es endlich erkunden. Demi-Schatten-Herz übrigens. Oh mein Gott, das hat lang gedauert. Wir können endlich den Anfang erkunden. Das klingt so dummer. Wir können endlich den Anfang erkunden. Vor allen Dingen, der ist auch sehr perfide versteckt, muss man sagen, der Schlüssel. Uff, du bist tanky. Niederträchtiger Geistlicher. Ja, soviel dazu. Ähm, Thema Story fortsetzen und so. Ich glaube, das hat sich erstmal erledigt. Kathedralen Priester. Weil, sorry Leute, aber Mondsilberstein-Herz. Äh, Mondsilberstein meine ich. Aber das hier hat für mich gerade höchste Priorität. Ich wollte so lange diesen Part des Gebiets erkunden. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit. Und deshalb muss es doch noch einen weiteren Part warten, bis wir in der Story weitermachen können. Demi-Oxid-Kugeln. Nutzlos für mich. Da ich sowieso nicht so wirklich Feuerwaffen spiele. Was bist du denn? Oh mein Gott. Nein, ich will runter. Lässt dich nicht eröffnen. Ich finde es interessant. Ich habe damit gerechnet, dass es so ein bisschen wie Undead Asylum von Dark Souls wird. Das heißt, man bekommt spät das Item, um da hinzugehen. Und dann bekommt man nochmal ein schönes Wohnungsgebiet. Was darauf ausgelegt ist, eine Near-Endgame-Herausforderung zu bieten. Pulver der Verdammten. So, das ist sehr gut, dass wir das umgelegt haben. Bevor ich hier weitermache, will ich... Also, ich will erstmal den da töten. Deine Reichweite und dein Angriff sind sehr perfide, muss ich gestehen. Und ich mache dir viel zu wenig Schaden mit meinem Blut-Katana. Oh Gott. Und dein Damage ist auch ernannt. Egal, ich facetanke dich jetzt und... ...besiege dich auf diese Art und Weise. Riese des Sakraments. Ich gehe jetzt nochmal in die unteren Pfade. Weil ich glaube, dass hier links ist... Ne, wartet. Ne, wartet, ne, wartet. Links ist höchstwahrscheinlich optional. Und unten geht es da weiter, weil... ...das kann ich mir gut vorstellen, dass man... ...den Anfang des Spiels damit verknüpfen würde, diesen Schlüssel zu finden. Also machen wir erst hier weiter. Das schreibt Boss Arena. Das schreibt Boss Arena. Nevermind, das ist keine Boss Arena. Was bist du denn? Aua. Geheiligte Priesterin des Sakraments. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier auch noch gar nicht sein. So, zumindest vom Damage Output, den ich gebe. Ich werde es vielleicht noch nicht ganz erkunden, das Gebiet, sondern... ...ja, werde einmal kurz hier reinschnuppern. Soweit es geht. So wie jetzt. Weil mein Damage Output fühlt sich nicht ganz richtig an, muss ich gestehen. Er fühlt sich nicht so ganz an, wie er sollte. Gehen wir zurück zum Anfang. Und gehen in den unteren Abschnitt. Und danach gehe ich zurück. Also auf die Mauer. Das ist mein Plan. Aber ich weiß zumindest... ...ich habe für später definitiv etwas Schönes, was ich hier machen kann. Wie hier denn ist nichts? Wie? Die Tür ist komplett nutzlos verschlossen gewesen. What the heck? Ungeboren? Das sehe ich. Machst du überhaupt was? Ja. Ich versuche es mir nicht anzugreifen. Ha. Ich verstehe wirklich nicht, warum das hier verschlossen war. Das war wahrscheinlich einfach nur ein Bait. Na gut. Zurück zum Anfang. Buchstäblich zurück zum Anfang. Das ist nämlich der Ursprung von allem. Hier hat es in Part 1 angefangen. Ah. Und hier geht es nicht weiter. Vermutlich ist das auch eine Tür, die von der anderen Seite geöffnet wird. Okay. Okay. Ihr wisst Bescheid. Optionales Gebiet. Machen wir später. Wenn ich ein bisschen stärker geworden bin. Und wir gehen jetzt zurück auf die hohe Mauer. Bis gleich. So. Zurück auf den hohen Mauern von Mifringal. Gehen wir jetzt erstmal hier links lang. Wo wir den Pfad, der uns ja vorher verschlossen war, jetzt eigentlich fertig machen dürfen. Ich habe vergessen, wie tanky ihr war. Das sage ich dazu. Gott ist das nervig. Okay. Sehr schön. Dann kann ich das auch entfernen. Natürlich nehme ich die Gegner hier wieder für Nycrux mit. Lohnt sich ja. Und damit können wir das Tor öffnen und haben damit den Durchgang geschafft. War das notwendig? Naja, nicht unbedingt. Wir haben es trotzdem getan. Okay. Wir könnten jetzt hier hingehen und ich denke, das mache ich auch als nächstes. Leute, ich halte euch sehr hin. Ich weiß, eigentlich wollt ihr die ganze Zeit die linke Seite sehen. Nicht wahr? Nicht wahr? Okay. Wir gehen jetzt auf die rechte Seite, sagt er und rennen das mal auf die linke. Und da kommt die Links-Rechts-Schwäche, die ich eigentlich nicht besitze. Und hier haben wir uns ja schon mal richtig durchgekämpft. Deshalb haben wir auch hier die Leiter, mit der wir arbeiten können. Wait, war nicht direkt am Eingang unten was? Lass mir noch mal kurz zurückgehen. Hier drin müsste es irgendwas geben. Ja, genau. Wusste ich doch. Opfer des Spielers war nicht worth und Demioxidkugeln war auch nicht worth. Das war wirklich dazu da, um zu sagen, ja komm hier später bitte wieder hin. Oder beziehungsweise, wenn man halt schon hier ist, ja, du bekommst hier keine krasse Belohnung, erwarte einfach nichts. So war es eher gedacht. So, wir gehen jetzt hoch und von hier an können wir hier hoch hüpfen, aber hier gab es wirklich nichts. Das ist auch nur dafür gedacht gewesen, die Arena zu erweitern, wenn wir den Doppelsprung haben. Mann. Ich habe einfach zu viel vorweggenommen. Okay, hierhin kommen wir jetzt aber. Und das ist doch etwas. Dank der Wurf-Animation war ich gefeilt vor dem Remedy-Fledermaus-Mann. So viel dazu. Na komm, lauf. Mein Mattmarz ist sehr gut geeignet für den, wie es aussieht. Wo? Okay. Okay, okay. Was haben wir da unten jetzt? Die Tür, die wir vorher nicht betreten konnten, ist jetzt offen. Ich habe die komplett vergessen übrigens. Wenn die nicht rot eingezeichnet gewesen wäre, wäre ich da auch als erstes hingegangen. Aua. Ah ja, hier gibt es irgendeine Form von Arena oder Bosskampf. Da bin ich mal gespannt, was uns Delta erwartet. Erstmal gehen wir hier runter, würde ich sagen. Weil es ist offensichtlich wohl... Hey! Orek! Ich meine, nette Damen und alles, ne? Aber muss ja nicht sein. So. Wurde noch einmal, jawohl. Und jetzt gehen wir runter. Oh, come on! Ich hasse es, wenn Gegner einen sofort angreifen, sobald man irgendwas betritt. So, dass man nicht mal wirklich die Chance hat, auszuweichen. Das war jetzt fair. Der Fall war lang genug, dass ich das Mädel sehen konnte. Jungle Seam-Pulver. Unsichtbare Wand, jawohl. Heile Injektion. Das hatten die wahrscheinlich extra dahin gelegt, um zu sagen, ha lol. Ah, offensichtlich gibt es hier mehr als das, du Idiot. Ah, nein. Hier kommt mein Rennpriester wieder. Hm. Ich hätte mir die Todesanimation ansehen müssen. Okay, hier können wir problemlos an ihm vorbeilaufen. Aber, wie sagt er, haben wir trotzdem getroffen. Er macht mir Half-Life mit seinen dummen Rennern. Das ist ziemlich fies. Nun gut. Okay, okay. Boah, du gibst ne Menge Krux. Ah, das war nicht ganz geplant. Eigentlich wollte ich beide mit dem Webmaster angreifen, aber das hat nicht so funktioniert, wie sollte. Wie? Das ist keine unsichtbare Wand, was? Egal. Brief eines Stadtbewohners. Eine seltsame Aura, die nicht von dieser sterblichen Welt stammt, betäubt, soweit das Auge sehen kann. Ein Licht winkt, eine Waffe aus unzerbrechlichem Eis lockt und verspottet diejenigen, die versuchen, sie für sich zu nehmen. Doch ihre Bemühungen bestrafen sie für ihre Annahme und Unwissenheit. Der Himmelskörper hält sie für unwürdig. Okay, okay. Stigma der Katalyse. Ich werde die Stigma in den nicht verwenden, weil ich zu dumm zum Parrying bin. Die Macht der Gegner stärkt den Träger dieses Stigmas und beschleunigt vorübergehend seine Angriffe, ohne seine Gesundheit zu beeinträchtigen. Es ist bekannt, dass nur ein einziger Mensch eine solche Kraft besitzt. Eine kosmische Macht, die unermüdlich gegen das mächtige Ministerium arbeitet. Es ist ein Vorteil, immer einen Schritt voraus zu sein. Ja, wie gesagt, ich bin zu doof, um zu parryen, also brauche ich es gar nicht erst versuchen. Okay, damit haben wir diesen kleinen optionalen Pfad erledigt und dann backtrack ich jetzt hierhin. Und dann machen wir uns bereit für die... Entweder es ist eine Arena oder es ist ein Bosskampf. Ich bin auf jeden Fall so gespannt darauf. Also, ich weiß, Progression sieht anders aus, weil ich halt sehr viel Optionales in den letzten Parts gemacht habe. Aber ich persönlich würde es so, wie ich jetzt mein Empfinden deuten würde, schon als Progression empfinden. Und vor allen Dingen macht es mir eine Menge Spaß mit dem Doppelsprung jetzt all die alten Gebiete abzuklappern. Ah, das habe ich ja schon mal gesagt, dass das für mich eine der Selling Points von Metroidvanias ist. Okay. Es ist eine Arena. Okay. Wenn es nur das ist... Okay, zwei von der Sorte. Ach. Musste das denn sein? Wenn ihr seid, so gesehen, kein Problem, solange ich Fläche zum Ausweichen habe. Okay. Die fliegenden Fledermausmänner, das sind auf jeden Fall die gefährlicheren. Immerhin waren die mal im Bosskampf. Aua. Habe ich wirklich noch gekauft. Oh, das war es schon. Zwei Mundsilberstein, okay. Da ist einfach hinter der Arena noch ein normaler Boss... Äh, Gegner. Nicht Boss. Okay, er legt. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber... Der Gegner hier, weil er ja ursprünglich mal ein Doppelboss war, erinnert mich ein bisschen an Demon's Souls. In Demon's Souls gibt es einen Gegner, der relativ ähnlich zu dem aussieht. Und... Na, wobei ähnlich ist falsch gesagt. Aber der sich ein bisschen was teilt, was das Angriffswetter an und so betrifft. Und... Ja. Daran bin ich immer erinnert. Ich bin verlockt, hier einfach mal runter zu springen. Ja, ich wollte nämlich nur schauen, ob es hier unten noch irgendwelche Sachen gibt, auf denen man landen kann. Aber gut, damit haben wir das. Immerhin war der Altar direkt in der Nähe. Das heißt, ich kann meinen Nukrux auch sofort wieder mitnehmen. Kein Problem an der Front. Und... Da wir auch zeitlich gut dabei sind... Weiß ich nicht... Will ich vielleicht nochmal auf die andere Seite schauen? Ah, lass mich nochmal lunsen. Oh? Das sieht einfach aus wie Mifrigal selber. Eile Injektion. Okay, 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 okay. So weit, so... Nichts bisher. Ist das etwa Castlevania? Gehen wir jetzt etwa zu Dracula? Naja, passt. Nur eine Lady mit ihren beiden Dobbos. Okay. Okay. Mein Brute Force Attempt hat hier nicht ganz funktioniert. Demi-Schattenherz. Von dieser Seite lässt sich das nicht öffnen. Okay. Das heißt, wir kommen noch nicht in Castlevania rein. Das ist doch aber nicht so schlimm. Ich mein, lieber jetzt abgewiesen werden, als später abgewiesen zu werden. Sodass ich weiß, aha, hier kann ich zumindest irgendwann mal zurückkommen. Vermutlich, indem ich einen anderen Pfad beschreite. Lässt sich nicht öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Okay, dafür brauche ich vermutlich einen Schlüssel, wenn es die Meldung gibt. Na komm. Vrum, vrum. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Ah, verdammt. Das war nicht ganz intended. Aber gut. Ich nehme mal an, hier würde es weitergehen. Richtung Castlevania. Ja. Das sieht's. Wobei, nein. Wir werden hier ausgeschlossen. Wir brauchen den Hebel darüber. Das heißt, wir müssen einen noch längeren Weg drumherum laufen. Oder wir müssen auf der Mauer irgendwas anderes finden. Weil immerhin war ja eine Tür verschlossen im Sinne von, wir brauchen einen Schlüssel. Der Rest war ja, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Komm her. Jawoll. Ich will den Part nicht beenden. Ich will jetzt weiterspielen. Weil ich muss auch langsam. Okay. So sehr mich die Sucht auch jagt nach diesem Spiel. Sobald wir hier mit einer Kunden fertig sind, beende ich den Part. Oh Gott, mein Nücrux wächst und wächst. Ja, hier. Jawoll. Ich wollte nämlich gerade nach uns ein paar Wänden fragen. Und was haben wir da Schönes? Wir gehen erst mal dahin. Notiz eines Müffringal-Anwohners. Man munkelt, dass sie unerbittlich sind. Zwei gegensätzliche Seiten, aber ein gemeinsamer Wunsch. Zu herrschen. Trotz der Verwüstung, die sie anrichten, bleiben sie im Verborgenen. Sie schadet Anhänger um sich, Frauen, die mit einem Ziel durch die Lande ziehen. Sabotage. Er holt sich, sammelt seine Kräfte bei den Unschuldigen und zieht diejenigen an, die sich ihm widersetzen, um seine Sache zu unterstützen. Verstehe. Und hier? Gibt es ein weiteres Ungeborenes? Jawoll. Ich bin mal gespannt, was wir bekommen, wenn wir fertig sind. Weil wir haben ja fast alle. Lady? Und... Shit. Oh. Bäh. Sie hat einfach einen Invincible-Frame gehabt. Also I-Frame. Haha. Das war sehr witzig. Gut, dass der Sprengstoff bei der Distanz halt auch dafür sorgt, dass nur die Gegner getroffen werden. Und tschüss. Ah. Ah. Ah, okay. Also brauchen wir keinen Schlüssel, sondern einen Schalter. Von daher wie like, ähm, ja warte, warte, lass das erst mal machen hier mein Freund. Okay. Wo kommen wir da jetzt hin? Natürlich hier hin. Oh wait, wir fahren sogar höher. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt zwei Türen hier geöffnet. Dann schau ich nochmal auf die Seite. Ah. Föderationsgehörtel. Oh, ich hab alle. Jawoll. Ich hab ein Achievement bekommen, das heißt, ich hab alle. Ja. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt alle Munitionen im Spiel, die wir kriegen konnten. Nicht, dass das jetzt eine große Bedeutung hätte, weil ich eh keine Munitionen spiele, beziehungsweise keine Waffen mit Munitionen, aber wir haben es. Und ich mein, da ich eh für 100% gehe in dem Spiel, ist das natürlich auch praktisch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das war ein, ja, semi-progressiver Part. Beim nächsten Mal haben wir den Einpfad, den wir jetzt gerade geöffnet haben und den gesamten linken Teil der Mauer und die Kapellen-Nische. Aber die Kapellen-Nische, die werde ich erst später in Angriff nehmen. Ich hab ja gesagt, da werde ich erst stärker werden für, weil die Gegner doch ein bisschen mehr tanky sind als hier auf der Mauer. Und das heißt, das hier ist jetzt unser nächstes richtiges Ziel. Ich setze hier einfach mal ein Fragezeichen hin und mir das beim nächsten Mal aufnehmen, dass mir das nicht hingeht. Und hier genauso. Wenn ich da irgendwie, ja, okay. So, damit weiß ich dann hoffentlich Bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.